Rundfügel Herr Zimmermann kam hierher. Wir sprachen darüber und er fragte, würden Sie gern Schönberg oder etwas Ähnliches machen? Und ich sagte, nein, etwas völlig anderes. Also fragte er, was halten Sie von Saint-Francois? Und ich sagte, großartig. Und so kam es. Ich tat nicht das, was man von mir erwartete. Ich fragte ihn, was für die deutsche Oper interessant wäre. Und so kamen wir zu einer sehr schnellen Übereinkunft. In den Zimmern und Gängen dieses unbekannten Labyrinths suchte ich nach dem versteckten Gesicht, der abgewandten Seite. Ich suchte die Antwort, die mir die Magie des Theaters und die Wunder der Musik erklärten. Mit meinem Blick wollte ich verstehen, was hier begann. Die Inszenierung, das in Szene setzen der Oper Saint-Francois d'Assise von Olivier Messiaen. Ein überwältigend schönes und ein schwieriges Werk. Eine Herausforderung. Ja, absolut. Es ist wirklich in seinen Dimensionen, es ist inhaltlich ein ungeheures Wagnis, wie ich von Messiaen immer finde. Ich meine, er hat absolut auf jede konkrete dramatische Handlung verzichtet. Es ist eigentlich ein inneres Drama. Um die Illusion des Theaters nicht zu zerstören, war mein Blick vorsichtig. Es war ein verborgener Blick. Starrsinnig suchte ich hinter den Kulissen etwas, was nie sichtbar wird, was niemand ahnt. Auf meinem Weg wollte ich alle Teile dieses Puzzles einsammeln, um dann, wenn sich der Vorhang zum ersten Mal hob, seinen Sinn zu entdecken, seine Schönheit zu verstehen. Ich wurde eingeladen von Professor Zimmermann und von Mr. Liebeskind, für dieses Stück die szenische Realisation zu übernehmen. Das entspricht einer Umsetzung der szenisch-konzeptionellen Vision von Mr. Liebeskind ganz real jetzt in Proben für die Sänger. Ich wusste nur von 49 Türmen, aus denen das Bühnenbild bestand. Wir haben in diesen Arbeiten jetzt hauptsächlich Bildhauer dran gehabt, Plastiker, Theaterplastiker, die sich also auch einarbeiten in die Struktur. Es ist ja eine Stadtlandschaft, die zusammengestellt wird aus mehreren solcher Oberflächen. In diesen Türmen eben dann sich zusammenfügen soll zu einem Ganzen, wenn sie zu sehen sind. Und bestimmte Linien, bestimmte Harmonien auch eine Rolle spielen. Was ich mache, hängt eigentlich von vier simultanen Dimensionen ab. Eine Dimension ist die Stadt, die beides ist. Die Stadt und die Stadt Gottes. Die zweite sind die Heiligen, die Namen der Heiligen. Natürlich geht es auch um einen emblematischen Aspekt, der weder linguistisch, noch rein visuell, noch ideologisch ist, sondern eine Art Gestalt, die nicht einfach entziffert werden kann. Und Nummer vier befasst sich mit der totalen Leere. Es ist rein von dem Material, was wir verbauen, fast die fünffache Menge, die wir sonst für eine große Oper zur Verfügung haben. Sieben mal sieben geheimnisvolle Türme. Und über die Anzahl 49 Türme war er überhaupt nicht bereit nachzudenken. Er hat ja gesagt, er möchte 49. Das wäre ja schon ein erheblich anderer Aufwand gewesen, wenn man nur, weiß ich nicht, 34 genommen hätte oder noch weniger. Es läuft irgendwie analog. Ich versuche nicht aus Messiaans Sprache heraus, ein Bühnenbild und eine Form zu erfinden, sondern ich stelle ein Gefäß zur Verfügung. Ein Gegenstück zu dem, was Messiaan musikalisch beabsichtigt, um eine räumliche Vision zu finden, die mit einer musikalischen Vision übereinstimmt. Mit einer musikalischen Vision. Mit einer schrecklichen Sch Executive Also Mr. Liebeskind kommt aus einer ganz anderen Art zu denken, also weitaus abstrakter würde ich das benennen. Ich komme aus der Theaterpraxis und das ist jetzt auch meine Funktion, das zu übersetzen in sechs Wochen Proben. Wo wir uns überschneiden, sind gewisse Interpretationen der einzelnen Bilder, was den spirituellen Gehalt betrifft. Das bezieht sich letztlich auf Zahlenproportionen, die auch heiliger Natur sind. Sie finden sich in dem Stück, sie finden sich in jeder Art höherer Aussage. Gut, jetzt sind die Meister hier. Ich habe gleich nochmal die Entscheidung. Guten Morgen. Ich verstehe die Bräume, ich verstehe die Engel. Das ist noch der schwarze. Der schwarze. Der schwarze. Ja. Wir haben gewisse Wege, die wir nicht lasen sollen und die folgen wir auch, aber die fühlen wir jedes Mal anders. Jedes Bild, ein Muster, also ein Bewegungsmuster, das wir skravisch folgen müssen oder sollen, was auf einer Seite sehr schwierig ist, weil man kann sich nicht frei bewegen. Und du gehst durch sie immer durch, mit deiner ganzen Geschichte. Ist die hier markiert oder nicht? Nein, nein, wir haben jetzt nur die Endpunkte, die Kreuze. Nur diese roten Kreuze. Hier, und da, und da, und da. Genau, da. Wir sind jetzt hier. So, jetzt gehen wir hier lang. Und dann da ist es, das ist jetzt hier. Hier. Das nächste wird dann hier in der Mitte. Dann da. Und wieder ein Sternchen. Und dann so. Ein Sternchen. Ein Sternchen. So, von hier wahrscheinlich wieder Mitte. Ein Sternchen kann man sich merken und ich möchte auch gar nicht, dass ihr jetzt so viel da drauf schaut, weil das muss sich jetzt für euch aus dem ganzen Ablauf merken können lassen oder so. So, dass trotz die gewisse Mathematik, die auf der Bühne gibt, trotzdem ein Leben und dann eine Geschichte erzählt wird. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch eine Möglichkeit, also in diese Zwänge gibt es vielleicht eine Möglichkeit, etwas anderes zu entwickeln. Und die vier Charaktere, die und ich, die, 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 die. Und das ist ja auch nicht schlecht, was gerade der Herr Brücken macht. Jetzt mach mal einen ganz großen Schritt. Ich finde die Arbeit ganz toll. Um meinen verborgenen Blick zu ermöglichen, brauchte ich einen Komplizen. Das war Juan Lucas, Bratschist an der Deutschen Oper Berlin. Auf dieser Reise sollte er mein Gefährte sein. Bei diesem Stück, es gibt nicht viele schwierige Stellen, aber diese, es ist sehr chromatisch und man kann dazu im Orchester seine eigenen Fingersätze nicht schreiben, weil jeder Spieler kann andere Fingersätze spielen. Also du musst alles auswendig schon entschieden haben, ich meine schon vorher, was du spielen willst, entschieden haben und, und dann ist im Kopf behalten, sodass du bei jeder Stelle, die kommt, schon weißt, wie du das spielst. Es gibt drei Xylophone, habe ich ja schon gefilmt, ist fantastisch, ich glaube, sie kommen aus Leipzig, diese Oper wurde schon in Leipzig gemacht. Jetzt muss mühevoll sein. Alle, die langen Noten spielen, auf der Lockerlast, ja, oder, oder, ja, T, ganz, an der zweiten Note wenig Gewicht. Es ist so, dass sich ständig wechselnde Metren im schnellsten Tempo... Schon mal sehr, sehr kompliziert, das alles sozusagen wirklich plastisch zu haben. ...ist es ein, ein absoluter Meilenstein und ich habe sowas Kompliziertes nie gemacht, naja, ist wirklich so. Ich lief ständig hinter den Akteuren her und wusste oft nicht wohin. Enttäuscht wurde ich nie. Hi Marco. Hallo, ihr Liebeskönig. Wir haben uns noch nicht rausgeschnitten. Wir haben uns noch nicht getraut. Hast du eine Schirte? Dann kannst du es raus schneiden. Ich habe keine Kostüme. Verstattet nicht. Nein, da hinten, die Tür auch. Ich muss es mit dir tragen? Ja, ich hoffe so. Es ist ein bisschen zu lang für mich, oder? Ja. Also es wird natürlich nicht so... Aber die beiden Materialien, die machen halt einen permanenten Geräuschspegel. Es kann gut sein, dass wir da auch Schwierigkeiten bekommen mit der musikalischen Seite. Es ist nicht so gut, es ist zu transparent. Warum? Nein. 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 Es ist nicht gut? Nein. Okay. Das ist einfach. Aber was ist das? All das ist gut. Aber das Material ist gut. Aber das Problem ist, dass der Sound und der Heat ist, oder? Ja. Nein. Es ist nur, wie wir es konstruieren, damit es wirklich rigid ist. Es sieht militärisch aus. Es ist nicht gut. Es sieht ihm zu militärisch aus. Es ist nicht gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Und auch wenn ich überhaupt in dem Bild vielleicht nicht vorkomme, die Rolle des Engels steht immer im Hintergrund. Es sind zwei verschiedene Charaktere. Ich weiß nicht, was dir mehr liegt. Das weiß ich nicht. Also ich finde das als witzig und lustig, die andere sagen. Schon schlau irgendwie. Ja, schlau. Gut, dann machen wir es in der Richtung. Du sprichst mit Gott, mit Musik. Das ist sozusagen für Franziskus. Ja, du sprichst mit Gott, mit der Musik. Und er wird dir antworten mit Musik. Deswegen habe ich mich entschieden, den ersten Satz zum Beispiel alles zusammen zu singen und den zweiten Satz in zwei. Das meine ich jetzt folgendes. Ja, du sprichst mit Gott, mit Musik. Wow. Es ist so wunderbar entfernt von irgendeiner Routine. Sie brennt so. Es ist ganz neugierig und ganz gespannt. Das ist ganz toll. Ja, sie ist ein Engel. Sie ist ein Engel im doppelten Sinn des Wortes eigentlich. Sie singt wie ein Engel und sie spielt hier ein Engel. Alle schienen einen Schlüssel zu diesem kreativen Wirrwarr zu besitzen. Doch ich erkannte keine Form. Ich konnte mir das Ganze noch nicht vorstellen. Auch weil keiner weiß genau, nur der Regisseur, nur der Kopf oder der Dirigent oder vielleicht der Regisseur wissen ganz genau, was alles zusammen bewirkt. Alle anderen Abteilungen vorbereiten so ein Stück, aber niemand hat das ganze Konzept. Niemand weiß genau, wie das ganze Konzept aussieht. Niemand weiß genau, wie das Ganze verliebt. Niemand weiß genau, wie der Gedächtnis. Niemand weiß genau, wie der Gedächtnis ist. Niemand weiß genau, wie der Gedächtnis ist. Die Änderung, die Zusammenarbeit sind Teil der Vorstellung. Genau auf die Spitze müsstest du. Denn alles, was hier passiert, korrespondiert mit dem Wesen des Stückes. Soll ich jetzt mal reingehen und ein bisschen drehen? Jürgen, die Scheibe ist so groß, wie du uns gebracht hast. Das ist der Wahnsinn. Das ist der reinste Wahnsinn. Thomas, das ist unglaublich. Das ist Wahnsinn. Jesus Christ. Das können wir doch machen. Totale Wahnsinn. Ich muss den hier unbedingt anrufen. Thomas, hast du ein Handy hier? Und es ist nur jemand, der durch die Maschine durch die Maschine tocht. Jesus Christ. Und jetzt sind sie nur bei selbst. Sie sind so perfekt aufgerüstet. Wir sehen uns nach 5 Uhr, oder? Okay, tschüss. Ist das wahr? Ja, das ist wahr. Ja. Jetzt ist das. Ja, das ist meine Hand. Ja. Ja. Ja, das ist nicht so. Du bist bezeichnend. Du bist bezeichnend. Es ist sehr schnell. Es ist zu früh. Nein, nein, nein. Es wird arbeiten. Es wird arbeiten. Es wird arbeiten. Wir sind dabei und machen das und wir werden es auch zu ihrer Zufriedenheit machen. Die Frau Kaiser, die benutzt keine normalen Theatersprache, wie wir gewöhnt sind, sondern eher eine symbolische Körpersprache. Hier müssen wir ja miteinander spielen, vielleicht nicht intim, aber wir müssen sogar ein bisschen tanzen, Bewegungen miteinander machen. Und deswegen der Humor, deswegen unsere Suche, das heilige, das falsche Heilige immer wieder zu brechen. Im Grunde ist das, worum es geht, Gott oder so, ist ja abwesend und man kann es nur über Übersetzungen finden. Es entwickelt sich wahrscheinlich dann was ganz, ganz anderes. Der Engel ist nicht immer ernst, er sagt zwar immer ernste Sachen. Ich glaube gerade diese Szenen mit dem Engel und mit Franz, die können was Besonderes werden. Als Restprozess, das ist ein sehr starkes Thema. 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 Hier oben steht was. Viertel von zwei. Ciao! Hallo! Meine Damen und Herren, was wir hier noch kriegen ist, bei Seigneur, das kann weniger De-Crescendo sein. Das ist ja nur ins Mezzo-Vorte. Das ist jetzt ein wirklich großes De-Crescendo. Es ist nur ins Mezzo-Vorte und dafür würde ich Sie bitten, bei Que-Jean-Vlore noch eine Stufe drunter zu geben. Jetzt De-Crescendo, De-Crescendo. Noch mehr drüber. Ja, direkt noch mal Que-Jean-Vlore. Machen Sie bitte mehr De-Crescendo. Wir haben sehr große, sehr schwierige Akkorde zerlegt in einfache Grundakkorde. Also wie wenn Sie ein Bild mit Punkten haben, aus Punkten, und Sie haben im Grunde sehr einfache Muster. Und am Ende fügen Sie das zusammen und es ist dann für das Ohr eigentlich nicht mehr auflösbar. Also deswegen, ich denke, die praktische Herangehensweise war sozusagen immer wieder neue Gruppchen, Gruppen zu bilden und das nach und nach wieder ineinander zu mischen, richtig gehend. Es gibt dort wunderbaren Moment, wo der Chor Christi Stimme und Worte sozusagen singt und ganz unendlich erschreibt, extrem lang. Also wirklich unglaublich langsam und lange den Namen François. Es ist zu frant, zu hell und zu direkt. Also ganz, ganz weiche, runde, runde. Binde, binde, binde. Okay, wir cùng Ihnen. Direkt? Drei, 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 drei. und dann geht er irgendwann weiter mit dem rücken zum publikum und es ist ein wirklich magischer also das geht tatsächlich nur über über zusammenarbeit und ich denke also das muss ich an dieser stelle sagen das ist ein absoluter glücksfall für mich als chordirektor also ein absoluter glücksfall wie man es ganz selten erlebt also dieses zusammenwirken und ich muss auch sagen dass also auch die der herr albrecht und die frau kaiser sozusagen gegenseitig mit größter hochachtung und respekt an diese arbeit rangehen sich austauschen also die gegenseitige hochachtung und das erlebe ich mit und dass wir also sehr viel uns auch zusammensetzen austauschen auch wie wir an bestimmte stellen rangehen auch die frau kaiser hat auch mit mir immer wieder abgesprochen wie können wir den chor bewegen was ist sinnvoll an dieser stelle was ist möglich das bedeutet dass die drehungen selber unglaublich leise sein müssen also ich sag mal übertrieben auf den zehenspitzen dann passiert auch nicht wenn man den zeitpunkt verpasst hat und der sinkt schon wieder dass das dann noch rappelt und auch die schnelleren drehungen können ja sozusagen leiser passieren hallo hallo die beiden damen da haben sie keinen platz achtung schütze 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 Jetzt bist du dran. Hast du eine Lattele? Du? Du? Wie noch das? Das ist einer von meinem Engel. Von dem kleinen Engel. Hallo. Hi. Er muss mich aber immer gehorchen. Und jetzt muss ich mich für die Probe umziehen. Also, tschüss. Du bekommst noch sechs Brüder und Schwestern. Und es werden also sieben Engel sein. Das war ein Wunsch von Liebeskind, als er sah, wie wir jetzt den Engel führen. Dass er sich plötzlich vorstellen konnte, dass der Engel sozusagen auch noch multipliziert ist. Dass es noch andere Engel und Engelinnen gibt. Wenn sie irgendetwas über Engel wissen, wissen sie, dass sie nicht wie normale Menschen sind. Sie treten nicht allein oder zu zweit auf. Sie können den gleichen Raum einnehmen. Ich sage immer den Sängern, dass der Engel, den wir da haben, vielleicht ein Seraph ist, der also sehr aus der ganz großen Nähe zum Licht oben kommt. Die anderen sind vielleicht nur Cherubim. Sie können plötzlich und ohne irgendeinen Grund verschwinden. Man muss nur Thomas von Aquin lesen, um zu erfahren, was der Mensch normalerweise über Engel weiß. Und das sind diese begleitenden, aufgedoppelten Engel. Wobei wir jetzt sie untereinander auch wieder aufgedoppelt haben. Es gibt also einige Engel, die paar laufen. Und die tragen auch ein identisches Kostüm. Aha. Hier sieht man mal diese, wie wir das dann bezeichnen, damit da jeder so sein einzelnes individuelles Muster bekommt, wird es dann hier angebracht. Und so sieht die Vorzeichnung erstmal aus, wenn sie dann aus der Schablone übertragen ist. Also es werden ja immer erstmal Materialwirkungen beschrieben vom Entwerfer, die dann von mir mit Vorschlägen bemustert werden. Also spricht ja auch jeder anders. Also der eine findet dies dann abstoßend und hässlich und oberflächlich. Der andere etwas anderes. Meinst du so? Meinst du so? Wird das zu fest? Ist das zu rau? Und dann haben wir einen Mustermantel aus dem Material, das dann Herr Gaber sein Liebeskind vorgetragen hat. Der hat dann eins ausgesucht. Dann haben wir dann Muster gemacht. Richtig ist es, wenn wir genau das Chormaterial nehmen. Das Problem ist wahrscheinlich, dass es nur ausfranst. Also dünne Streifen, das wäre ja eigentlich nichts anderes als das hier. Man kann es auch einstreichen lassen von der Rückseite mit einer Gummierung oder geistlich, dass es einfach nicht so ausfranzen kann. Oder Figurien entstehen auch wirklich erstmal in einem ganz, ganz freien, freien Raum und sich jetzt auch immer noch entwickelt. Also die Abstände werden immer kürzer und die Premiere rückt immer näher. Aber sie konkretisieren sich jetzt in wirklich immer kleiner werdenden Etappen und werden verfeinert. Wir zanken uns da natürlich immer ein bisschen drüber, weil ich möchte alles immer schneller haben. Ich weiß nicht, dass wir gestern hatten, diese Lederbemusterung. Ist super erfolgreich. Gut, davon kriegen wir nochmal eine Kopie, dass wir das haben. Das können Sie genau haben. Das können wir so haben. Genau so haben. Wunderbar. Ja, vorne wie hinten. Alles klar. Sanfrancois wird komplett schraffiert sein mit ganz, ganz vielen dünnen Lenden. Okay. Deswegen ist das gerade ein bisschen irreführend. Ja. 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 Das ist wie bei den Mönchen. Es gibt einen Widerspruch zwischen den Absichten von Menschen und der Autorität, die in den Institutionen, ob Theater, Kirche oder was auch immer, verkörpert ist. Das ist nicht wichtig. Und wenn ihr noch mehr ins Gehirn kriegt, gegen das Kostüm spielen. Also nicht das Zurechtrücken oder so, ne? Und immer schön die Köpfe raus. In gewisser Weise, in gewisser Weise zwingen euch diese Dinger sogar größer zu spielen. Sure, sure. Sicher, denn es gibt im gesamten Drama immer einen Widerstand auf allen Ebenen, von der intimsten bis zur fantasievollsten. Wenn du aufstehst, auf den Engel reagierst und die Hand aufs Herz legst, möchte ich einfach, dass es einen anderen Charakter hat, weil du machst es sehr heilig, sehr steif und heilig. Ja, und die Bewegungen sind sehr präzise. Ihr Ausdruck, die Körper und ihre generelle Haltung auf der Bühne. Das Zentrum der Bühne ist von der Maschine besetzt. Aber sie sind sehr wichtig, weil sie die wirklichen Darsteller sind. Und das meine ich nicht, das ist Hau. Sondern auch nicht Aua, sondern so wie ich spüre einen Liebesschmerz. Das ist der Engel, steht für die Hibing-Geräle-Schmerz. Oh nein. Fürs Fernsehen machen wir noch nur X da, schauen wir mal. Oh, schulde. Hoffentlich alles im Kasten. Gut, lasst uns anfangen. Nachricht 1. Hallo, ich bin Hector, ich bin Juan Lucas. Ich bin in der Oper des Villanazalai de la Noche. Es ist die Pause. Ich wollte Ihnen sagen, dass morgen die Räume veränderlich die Räume war für die Räume für die нравится, sondern wir gehen in der Germanien. Morgen noch nie, das wird das 10, sondern ich bin Anze. Das ist das 1. Das ist das 1. Stichwort. Das ist das 1. Das ist das 1. Die Räume sind vor allem am Tag. Jahrhundert. Das ist das 1. Das war die Räume. Tag für Tag erstaunte mich die Arbeit aufs Neue. Ich sah Momente von großer Intensität und Schönheit. Mein verborgener Blick, mein Blick hinter das Rampenlicht, wurde belohnt. Ich schreibe, mein Blick hinter das Rampenlicht, wurde belohnt. Ich schreibe, mein Blick hinter das Rampenlicht. Er ist ähnlich kreativ wie Wagner war, auch im Erfinden von neuen instrumentalen Möglichkeiten. Zum Beispiel ein unglaublicher Effekt um den Turmfalken, den der Franziskus oft sozusagen anspricht. Ich spiele heute zum ersten Mal mit, ich lasse es mir erst mal angucken, was ich mir hier erwartet. Der Turbist soll sich vom Fagottisten ein Mundstück ausleihen. Allerdings kann man sich dann so, wie, hier soll ich, habe ich gelesen, das so reinstecken und in das Mundstück reinleihen. Und sozusagen auf diesem Fagott-Mundstück spielt der Turbant. Ja, also man nimmt das Ding. Quick, 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 quick. Und macht genau diesen Effekt. Und niemand weiß, wie das entsteht, dieser Klang. Ein paar Ant-Martinot, die er eingeführt hat. Das sind eine Vorform von Synthesizer, ein bisschen elektronischen Klang. Das sind eine Vorform von Synthesizer, ein bisschen elektronischen Klang. Es ist ein elektronisches Klavier, von Maurice Martenot erfunden und wurde dem Publikum zum ersten Mal 1928 in der Pariser Oper präsentiert. Wir sind vielleicht 15 Personen auf der ganzen Welt, die dieses Instrument spielen. In Frankreich, Japan, Kanada und der Schweiz. Und dieses Instrument wird nur in Paris gebaut. Morgen kommt es zum ersten Mal alles zusammen. Oft ist der chaotischste Tag in der ganzen Oberproduktion. Am Montag sehen wir erst mal komplett, was mit Kostüm, Maske und Licht dann passiert. Genau, I have to talk, Thomas. I have to talk, Tom. Ja, yeah, because that's completely wrong. Okay, okay. Wie kann man den Raum dazwischen beleuchten? Zwischen dem Schwarz, damit man so ein bisschen so eine Idee von der Kante bekommt? Ähm, ja. Ja, das wäre, das ist möglich. Kannst du mir. Ja, 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 okay. Genau, so. Aber das sieht man gar nicht, wie ein Azen ist von hier. Oh, was ist das? 100 Tage lang sieht man gar nicht von hier, ne? Das ist gut, das ist ziemlich gut. Soli zur Kritik vom ersten Akt auf die Kühne, bitte. Wenn du so die ganze Szene hast, dann ist es perfekt. Mach die Schöße vorher und dann ganz praktisch sitzen. Und eine Bitte von deinem Liebeskind, wenn du hier liegst, ob du wirklich das länger halten kannst. Extremer. Wenn du nur so machst, ist es zu klein. Mach so. Und dann richtig in die Haare. Richtig gleich vorbeugen. Glücklich. Glücklich. Ja, können wir machen. Wir können das hier seitlich, wir können das seitlich enger nehmen. Wir haben Glück, die Bratschen, weil wir sitzen draußen, so am Rand des Grabens, und wir können schon fast alles sehen. Es gibt zum Beispiel die Kontrabässe, sie stehen genau unten an der Bühne, sie sehen nichts. Nur wenn sie sich umdrehen, so ab und zu, aber das können sie selten machen. Die BO selbst läuft sehr gut. Die Sänger spielen, es ist musikalisch, kommt es zusammen. Das ist alles sehr gut. Wir müssen nur, der Blick auf die ganze Szenerie stimmt noch nicht. Der Charakter des Werkes, das Crescendo zur Freude, müssen wir bekommen, weil das ist Messians Botschaft. Ich liefere eine Art räumliches Äquivalent zu Messians Musik, die sehr genau und mathematisch ist. Und das ist die Verbindung zu dem, was ich mit ihm mache. Denn Messians Musik ist ein völlig mathematisches System. Total. Man kann sagen, sie ist sehr schön und wir hören es nicht. Aber es ist ein Code, der in der Beziehung zur Musik nicht einfach entziffert werden kann. Es ist eine eigene Welt. Theatro Mundi. Das ist ein Theater Mundi. Das ist ein Theater Mundi. Ganz dünn. Das ist wie ein Juni. Même, wenn der fräule Mineur randet die Welt auf den Aveuglen... Wie... 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 nicht in der Nase. Ja. Ja. Okay, super. Herr Villas-Häuser, bitte kommen, Herr Villas-Häuser. Aber er hat mich früher angerufen. So ist es gut. Soll ich engelhaft... Engelhaft Angst? Ja. Sollst du dann? Der letzte Teil des Puzzles fügte sich ein und ich verstand. Die Magie des Theaters und das Wunder der Musik. Am Ende steht ein strahlendes C-Dur, minutenlang ausgehalten. Bis zur Unendlichkeit. Eigentlich bis man gar nicht mehr singen und spielen kann. was... bedeutet dieses unerträglich helle, gleißende Licht. C-Dur, die weiße Tonart, ohne schwarze Tasten. Musik 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 Vielen Dank.